Und willkommen zurück zu Guild Wars. Hier haben wir direkt die beiden. Macht schnell. Die Skarabäen waren nur die erste Generation. Pestilentix Thermitroxos hat einen äußerst schnellen Reproduktionszyklus. Wenn Joko erstmal die dritte Generation kultiviert hat, kann er eine ausgewachsene Pandemie verursachen. Das ist eine Sache von Tagen. Gandara liegt im Herzen Kurnas. Eine Armee bräuchte Wochen, um dorthin zu marschieren. Ich habe möglicherweise eine Lösung. Ich bin im Besitz des Prototyps des Portalsystems, den Joko gestohlen hat, um seine Diener nach Tyria zu entsenden. Mit seiner Hilfe könnten wir ein Portal in Kurnas öffnen, irgendwo in der Nähe von Jokos Festung. So würden wir uns Reisezeit sparen und könnten Massen an gegnerischen Truppen umgehen. Es wäre provisorisch und instabil, also brauchen wir eine ausgedehnte offene Fläche, weit weg von der Zivilisation. Positioniert euch in der Wüste, nahe des Grabs der altehrwürdigen Könige. Ich treffe euch dort, wenn ich unseren Geisterfreunden einen Besuch abgestattet habe. Besuch die altehrwürdige Dynastie. Wo ist die altehrwürdige Dynastie? In der altehrwürdige Dynastie. Ach scheiße, die ist am Arsch der Welt. Ich sehe da mehr als nur ein Blitz. Da kann man ja schon fast keine Sägeblitz machen, ja ne? Damals, wo die Folge rauskam, war das verbuggt. Dieses Portal, was sie da gleich aufmachen wollen, klappte damals nicht. Und da kam man nicht in den Straßen, dann standen die da alle mit ihren Reichthieren vor den Gräbern und waren am warten. Das war mega witzig. Gut, solche Zeiten haben wir nicht mehr. Nee, aber es gibt da ein Video von Takeo, wo der das durchspielt und sich wundert, warum da alle mit den Reichthieren stehen und das gar nicht schmalt. Das war wegen dem Bug. Das kann ich mir vorstellen. Boah, witzige war, da stand ich damals auch mit meinem Reichthier und sehe das dann eben einen Tag später bei ihm im Video und denke, ah, guck mal. Ja, Frisuren, Frisuren geht, kann man in dem Leverstein-Shop gaffeln. Ist sogar recht günstig. Soweit ich weiß. Deswegen sind die ganzen Skarabinen hier, ne? Wegen der Skarabin-Szeuche. Jetzt müssen wir schon wieder da hin. Waren wir doch schon dreimal hier. Seht, wer zurück ist, Schwester. Wenn ihr Hilfe bei eurem Joko-Gurten braucht, seid ihr zu dem falschen Altehrendigen entkommen, Kommandeur. Woher wusstet ihr... Egal. Verzeiht die Störung, eure Majestäten. Es ist wahr. Ich brauche eure Hilfe. Nein, das tut ihr nicht. Joko großartig Jahrhunderten damit, die Skarabin-Szeuche freizusetzen. Seine Drohnen sind wahnsinnig, aber leer, wie sein Kopf. Diesmal nicht. Er ist im Besitz der Seuche. Seid ihr euch sicher? Ich habe die Skarabin gesehen. Und die Leichen. Und die Erweckten. Wir ziehen in den Krieg, um ihn aufzuhalten. Die Seuche hat beinahe die Menschheit ausgelöscht. Die Skarabin haben zudem alle Lebewesen verschlungen, die ihnen in die Quere kamen. Nein. Das darf nicht wieder geschehen, Schwester. Und das wird es auch nicht. Was ihr braucht, Kommandeur, ist eine Armee der Toten. Ihr selbst könnt sie anführen. Oh ja, Kommandeur. Euch haftet der Gestank der Verlorenen an. Mh, riecht nach Moschus. Ist der Arbein, denn das auch riechen? Als Wirt seid ihr, zu eurem Glück, unbeeignet. Ihr sollt eine Geisterlegion für euren Angriff auf Gandara erhalten. Zudem werden euch zwei altehrwürdige Königinnen begleiten. Majestäten, diese Welt wird für immer in eurer Schuld stehen. Ich sehe euch und eure Armee auf dem Schlachtfeld. Taimi, die Altehrwürdigen werden mitmischen. Sie schicken uns eine Geisterarmee. Ist das Portal bereit? Ich bin fast soweit. Ich markiere unseren Standort. Moment mal, sagtet ihr Geisterarmee? Ich bin schon unterwegs. Trefft Heimi und Bücher-Pime-Portal. Oder wo bleibt ihr? Wo ist der Markt überhaupt? Auf dem Weg. Lass mal alle warten. Komm mal, nur Stopp. Äh, worauf? Ne, du machst weiter. Weil sonst sind wir in der Story soweit. Ja, und? Ich bin gleich da. Ja, deswegen warte ich doch. Jetzt kommt sowieso wieder eine Instanz, meine ich. Gut, ich werde es gleich sehen. Da hinten sind die. Was ist das Portal? Wie soll da eine komplette Armee hindurch passen? Das ist der Basis-Prototyp. Ich stabilisiere ihn noch für den Massentransport. Wir können euch aber gleich losschicken, damit ihr die Schlacht vorbereiten könnt. Sorgt dafür, dass wir nicht in einem Hinterhalt landen. Ich muss ihn nur anschalten und... Mist, mein Arm. Ich glaube, er ging durch. Einen Moment, Blish. Ich kümmere mich darum. Entschuldigung, Kommandör. Das war nur ein letztes Problemchen. Marc, bitte sei so nett und wärst du so freundlich, uns zu Bescheid zu sagen, wenn du da durch bist? Ja. Aber er muss ja hier auch noch erst mit denen sprechen, der muss ja erst das Stellenchen haben. Ja, also warten wir so lange. So, weiter geht's, wir kommen zurück. Gefahr erkannt, äh, Gefahr erkannt. Oder gebannt. Vorhand ist vorhanden. Wie geil. War das noch ein Problemchen? Äh, eher ein ausgewachsenes Problem. Das Portal ist optimiert. Das kann eine Weile dauern. Na gut, dann werden euer Arm und ich zusammen die Gegend erkunden. Der Arm ist mit meiner Tarn-Technologie ausgestattet. Damit könnt ihr Gegner ausschalten, ohne ins Deck zu werden. Wer liebt sie nicht, diese kleinen, lustigen Unfälle? Ich sage unseren Verbündeten, dass sie hierher kommen sollen. Dann können sie das Portal passieren, sobald es wieder funktioniert. Viel Spaß bei der Erkundung, Kommandeur. Wir sind übrigens weit unter Hölle 2, ne? So ziemlich weit rechts. Auf der Karte. Ist jetzt Zeit, ich mag Jokos, äh, Sendung auch nicht. Also müssen wir sie beseitigen. Rögt den Knopf auf meinem Arm, wenn ihr meine Tarn-Technologie einsetzen wollt. Ihr könnt uns sogar als Baum tarnen. Sehr praktisch, um jemandem die Sicht zu blockieren. Die Sonnensperre halten die Freisetzung der Seuche übrigens auch für eine Kriegshandlung. Sie rufen die Elonia zusammen. Schätze, wir machen das also wirklich. Ich bin gleichermaßen begeistert und verängstigt. Und vielleicht ein klein wenig quengelig. Lass den Arm nicht überhitzen, Kommandeur. Sonst müsst ihr warten, bis das Kühlmittel wirkt. Das wird ziemlich laut und könnte Aufmerksamkeit auf euch lenken. Ich habe hier ein Erwecktenproblem. Oh, ihr könnt den Tribo-Elektroschocker einsetzen. Boric, der Kommandeur versucht nicht entdeckt zu werden. Ich empfehle einen Betäubungsblitz und danach den Schocker. Zielbahn-Garnison entdeckt. Ja, funktioniert super. Wir haben euch wohl an den richtigen Ort geschickt. Jede Menge Erweckte. Ein kleiner Trupp ist auf dem Weg zu mir. Das sollte eine gute Gelegenheit zum Testen der Tarntechnologie sein. Das ist also das Holoschmied-System hier. In so einer Miniaturform. Ich habe damit Erfahrung. Ihr verlasst den Instanz-Bereich, Cat, um oder ihr werdet aus der Instanz sterben. Toll. Jetzt hör doch mal auf, ihn zu betäuben, sonst kommt er nie hier rein. Dann kannst du es auch so machen. Da konnten wir weiter weg. Aber ich kann den auch herziehen. Ne, doch nicht. Nein. Der war aber schnell da. Hier wurde der Film Amnesia Rebirth gedreht. Ja, hat was von dieser Garnison, ne? Ja, hat wirklich was. Also sieht originalgetreu danach aus, irgendwie. Als wenn es hier passiert wäre. Und Yoko kommt auch drin vor. Plötzlich gibt es da auch. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn Yoko plötzlich da in die... Wenn das so eine Kreuz... Hier ist mein Außenposten. Ich sehe ihn mir an. Kombinationen. Beschleich nicht vergessen. Denkt dran. Ihr könnt euch als Baum tarnen. Steht dabei aber still. Räume bewegen sich nicht. Guten Abend. Mal eine Frage an... Serena. Habe ich zufällig dich mal geblockt? Oder ist einer deiner Accounts von mir geblockt worden? Ist nur eine hypothetische Frage. Die mich nämlich mal interessiert. Weil ich nämlich jemanden geblockt habe namens Serena. Ich weiß aber nicht mehr wieso. So. Tötet alle Erweckten im Gebiet. Müssen wir das unbedingt so machen? Das können wir doch anders machen auch. Entschuldig, ja. Mit dem Teleporter in meinem Arm könnt ihr schneller im Gebiet umherspringen. Darf ich was anmerken, Blish? Wenn ihr einen Teleporter in eurem Arm habt, hättet ihr mit dieser Info früher herausrücken können. Irgendwer hat nämlich sich mal damals bei mir in Permabann verdient. Durch irgendwelche Kommentare. Kann auch Spam gewesen sein oder so. Depportiert euch. Teleportation. Mhm. Ah, hier ist ein Champion. Gewesen. Die Luft ist rein. Wir können unser Lager errichten. Verstanden. Ach ja. Und Blish sagt, das Portal sei fast wieder funktionsfähig. Gut. Haltet mich auf dem Laufenden. Alleine kann ich keinen Krieg führen. Kommandeur, Fahran ist hier in Begleitung einiger Amnunier. Er meint, er hätte sie zu einer Einheit ausgebildet. Er will sich dem Kampf anschließen. Ich weiß. Ähm. Sagt ihm, er soll warten. Hab's. Okay. Und er sucht das Schlachtfeld rund um Gandara. Ich bin runtergefahren. Oh, er kann mal weit teleportieren. Das ist ja krass. Hätte ich das gewusst, hätte ich das gemacht. Kann ich weit teleportieren. Könnt ihr die bitte auch für uns zu töten? Die sind ganz schön laut. Front entdeckt. Nee, ich glaub, Guild Wars 2 gibt's nicht für die Playstation. Das ist, glaub ich, PC-exklusiv. Weil's MMO ist. Aber, das Gute ist, man braucht, glaub ich, keinen so krassen Rechner dafür. Äh. Äh. Staub mit dem Kanister. Joa. Schön spiel. Ich kann's nicht anklicken. Hier ist ein Eindringling. Sag mal, was soll denn das? Hör auf, mich anzu... Wieso, wieso sehen mich denn diese Staubmelben das so ätzend? Wieso sterben wir hier? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Warum sterben wir alle? Und weiter! Ich werde aber dafür sorgen, dass ihr gleich nicht mehr gesehen werdet. Bewegt euch mal alle dahin, wo ich bin. Geht nicht, bin tot. Sobald du wieder auferstanden bist von Yoko, äh, dann bewegt dich hierher. Ich befehle es dir. Das ist Verschwendung meiner Mühe. Ich bin tot, sag ich doch. Ich steh nicht auf. Das ist Verschwendung meiner Mühe. Mario, bitte ein bisschen aufpassen. War der Baum vorhin schon da? Achtung, Alarmstufe habe ich jetzt. Der Baum, der kann sich bewegen. Glaubst du es halt kaum? Ah, okay. Ich habe wieder Kampfmodus aktiviert. Eindringling hier drüben! Zeit, echten Schaden anzurichten. Schmerz für Schmerz. Kann mich wer wiederbeleben? Und wir sind nicht die Siege der Erde hier. Gut, das war Versuch... Hinter uns sind noch welche. Hinter uns sind welche, die können wir gleich mitnehmen. Ja, Versuch Nummer zwei. Sehr gut. Und... Untertitelung des ZDF, 2020